Hallo liebe Freunde des gepflegten Survival-Aufbau-Strategie-Spiel-Spaßes und willkommen zurück zu Frostpunk 2. Der Schneesturm wird uns glaube ich zumindest in dieser Folge erreichen. Und es wird spannend. Vielleicht spare ich mir jetzt die Wärmemarken mal doch noch auf, um eventuell hier weiterzumachen. Um diese Injektoren da zu bauen. Weil, äh, wie kann ich denn das Elend reduzieren? Und vor allen Dingen, wir haben eine extrem hohe Kriminalität. Vielleicht, äh, bauen wir doch mal einen Wachtturm. Den wir nicht bauen können, weil wir tatsächlich jetzt hier schon alle... Oh, wir müssen die Wohnbezirke mal ausbauen. Oh, verdammt. Okay, dann bauen wir den Wohnbezirk aus. Wir haben eh noch einen Mangel an Platz. Und vielleicht bauen wir den auch aus. Ah, wartet mal. Wir nehmen das mal hier. Okay. So, und dann können wir... Wir machen minus 140 beim Material. Das ist natürlich super ätzend. So, Stuart, Stuart, Stuart. Oberhaupt, die Ordnungsware haben ihre Kundgebung auf einem neuen Bezirk ausgeweitet. Was ist das denn? Maschinenpflege. Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit ab. Arbeitsplätze werden für Maschinen optimiert. Für die menschliche Arbeitskräfte bleibt nur der Wartungsdienst. Arbeitskräftebedarf sinkt deutlich. Das klingt ja erst mal ganz gut. Ich würde aber behaupten, dass die Pilger das scheiße finden. Ähm... Aber hey, die Pilger sind eh ein geringer Anteil. Und wenn wir jetzt eh noch ein paar Wachtürme bauen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Das heißt, wir machen das mal. So, und ich wollte hier drüben... Ja, gut. Dadurch, dass die sich die Ressourcen teilen... Oh, da kommt die Kohle übrigens. Stuart, 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 Stuart. Achso, jetzt haben sie die... Jetzt sind wieder die Ordnungsware da. Jetzt können wir wieder darüber abstimmen lassen, ob wir mehr Arbeitskräfte kriegen. Wir haben mehr Wärmemarken oder... Äh... Wachtrupppatrouillen. Oder Wachtrupproduktion. So. Die Wachtrupproduktion könnten wir irgendwann brauchen. Ich weiß bloß nicht, wie nachhaltig das ist. Wärmemarken ist halt immer gefragt. Ähm... Abstimmung für euch läuft. Ihr könnt euch jetzt im Chat wieder überlegen, was wir brauchen. Ob Arbeitskräfte, Wärmemarken oder... Automatonvollstrecker mobilisieren. Das klingt ein bisschen drastisch. Ja, ich brauche noch drei Marken. Fifty-fifty. Rallypop sagt Automaton. Foxy sagt Marken. Habt ihr jetzt... Haben nur zwei abgestimmt? Ich bin tatsächlich unsicher. Aber dadurch, dass wir gerade Wachtruppen bauen, bin ich jetzt auch für die Wärmemarken. Äh, Jan, du kannst es abstimmen, ob wir mehr Arbeitskräfte kriegen. Mehr Wärmemarken oder ob wir Wachtrupproduktionen kriegen. Tomboy sagt Wärmemarken. Wie gesagt, wenn ihr am Rechner schaut, könnt ihr da auch mit abstimmen. Ihr müsst da nur mit eurer Maus in den Stream reingehen. Turm kommt doch. Also Marken. Okay. Marken, Marken, Marken. Na dann Marken. Alter, hier, die ist aber... Die Spannung ist schon ganz schön krass, ne? Stark erhöht durch... Wie können wir das Elend reduzieren? Bis wahrscheinlich durch... Mehr von den Scheißdingern hier, ne? Ah, verdammt, ey. Ja, vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, ähm... Mit den Wachtürmen hier ein bisschen einzugreifen. Auch wenn das jetzt erstmal wieder Marken kostet, aber... 34 Wachtrupps. Oh Gott, hier ist jetzt gleich noch mehr deaktiviert. In zwei Wochen. Jetzt machen wir auf einmal wieder Plus. Ich verstehe es nicht. Ne, ich verstehe es nicht. So, und hier wird... Die Nahrung irgendwann zu Ende gehen. 190, 220 Wärmemarken. 107.000 Kohle haben wir gerade. Nice. So, jetzt können wir das hier abreißen. Und dementsprechend auch das Wärmezentrum hier. Elend. So, was sagt denn das Elend? Geringfügig erhöht durch maschinenzentrisches Schichten. Erhöht durch Generator. Deutlich erhöht durch... Alter, was ist denn jetzt hier mit meinem... Hallo? Was ist da denn los? Kabel... Kabel... Gewürr. Ähm... Tiefenschmelzbohrer erhöht durch mechanisiertes Sägewerk. Hallo? Und leicht erhöht durch chemisches Gewächshaus. Kann ich das irgendwie noch reduzieren? Das Elend steigt, wenn es nicht genug Materialien gibt. Ja, okay. Surprise. Na, da haben wir ja schon das Problem. Verdammt. Gut, wir können natürlich jetzt hier mal... die Produktion von den Waren runterschrauben. Dadurch kriegen wir... ein bisschen Material frei. Das ist ja ganz gut. Was? Abstimmung? Was war da ausgesetzt? Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hallo? Was war das? Danke. Das ist natürlich echt blöd, dass das Spiel einem das so dann nur so ganz kurz präsentiert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... Ähm... Hier. Das bauen wir natürlich jetzt. Die Erweiterung. Wärmerückgewinnung war es. Okay. Hi, Rem. Verschont ein Robbenbaby. Tut mir leid, Kleines. Ich musste dir deine Mutter nehmen. Ihre Zeit war gekommen. Aber du bist noch zu klein für meinen Stapel. Es wäre eine Schande dir, für so wenig Fleisch dein Leben zu rauben. Na los, zurück ins Wasser mit dir. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und ich werde deine Kinder verschonen. So wie dich heute. Die Stadt hat Schritte in Richtung des Grundsteins Anpassung unternommen. Okay. Okay. Ach, hier. Äh... Wärmeumwandlung, Wärmerückgewinnung. Wir leiten überschüssige Wärme von Industriemaschinen in benachbarte Bezirke. Ähm... Ja... Ich dachte, wir hätten das schon gemacht. Neulondoner sind dagegen. Ordnungswahrer sind dagegen. Hat aktives Versprechen. Überwiegend dafür. Das wird wohl nicht reichen. Ich mach mal hier den Zuschauerrat an. Aber... Ich verstehe das gerade noch nicht so richtig. Haben sie jetzt quasi eine Gegenabstimmung... Ähm... ...gemacht. Okay, die Frostländer wollen Wärmerückgewinnung. Und die Pilger wollen... Ich verstehe es nicht. Ähm... Ja... Ich stelle das einfach mal zur Abstimmung. Mal gucken, was passiert. So, Foxy und Rallye Pop waren dafür. The Delegates have spoken. The Law takes effect. Hä? The Law takes effect? Warum? Das ist keine Mehrheit. Wieso ist das Gesetz jetzt verab... Ach so, weil Foxy und Rallye Pop mit da reinzählen oder wie? Ah, verstehe. Skeptisch. Ich dachte, wir hätten das schon gemacht. Das ist irgendwie super strange. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, was wollen sie denn hier? Auf kaltem Wege. Oberhaupt, die Pilger haben beschlossen, ihre stärksten Mitglieder vor dem Schneesturm loszuschicken, um in der Umgebung nach Vorräten zu suchen. Sie wollen durch das Frostland ziehen mit ihrem Parkas als Schild, ihrem Zelt als Unterkunft und den Visionen ihrer Propheten als Führung. Sie machen nicht den Eindruck, als ob sie um Erlaubnis bitten würden. Ja, geht halt. Dann sind wir ein paar von euch los. Die Reise unterstützen. Gebt ihnen Essen und unseren Segen. Minus 10.000 Nahrungsvorrat. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Wir können keine Vorräte entbehren, aber wir erlauben ihnen zu gehen. Oder sie aufhalten. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, warum ich ihnen Essen noch mitgeben soll, aber ihr dürft darüber gerne mal abstimmen. Sollen sie halt verschwinden. Die Kollegas. Ja, und tschüss, genau. Sind es halt weniger, die nachher auf die Barrikaden gehen, wenn der Schneesturm vorbei ist. Okay. Ja, dann lassen wir sie gehen. Wir machen tatsächlich auch gerade zu wenig Essen. Und ich frage mich ernsthaft, wie ich an genügend Material kommen soll. Ey, das ist der Hammer. Oh, hier, was wollen die? So, die Nomaden ergeben sich. Oberhaupt, letzte Nacht hat sich eine gewaltbereite Truppe der Nomaden unserer Ölkolonie genährt. Glücklicherweise haben unsere Wachen sie gesichtet und um Alarm geschlagen. Sie haben schnell bemerkt, dass sie in der Unterzahl waren. Wir werden nie akzeptieren, was hier passiert ist, sagt ihr Anführer. Aber wir können euch nicht im Kampf besiegen. Mögt ihr eines Tages in Not geraten und großzügigerer Menschen treffen, als wir es getan haben. Einer nach dem anderen verschwanden sie wortlos ins Frostland. Der Dreadnought ist jetzt sicher. Okay. Nomaden ziehen sich zurück. Wir hatten genug einsatzbereite Wachen vor Ort und die Nomaden haben sich zurückgezogen, ohne Blut zu vergießen oder Öl zu stehen. Sie sind wieder ins Frostland zurückgekehrt, wo sie sich schon bald dem aufziehenden Schneesturm stellen müssen. Der Vorarbeiter in der Kolonie glaubt nicht, dass sie zurückkehren werden. Ähm, können wir eventuell andere Wege bauen? Dass der Also quasi um den Schneesturm drumrum bauen. Es scheint ja irgendwie zu zu funktionieren. Der Dreadnought sieht aber auch nicht gerade proper aus. Das ist super strange alles. So. Ja, das Elend ist halt gerade echt ein massives Problem durch den Mangel an Material. Das ähm Da kommen wir irgendwie nicht wirklich drumrum. So, das Ding ist jetzt gebaut. Ich speichere jetzt mal und dann aktivieren wir das mal. Mal gucken, inwieweit uns das jetzt irgendwie für den für den Schneesturm hilft. Überschuss. Ja, aktiv. Überlebendem Schneesturm. Die Wärme, die unserem modernisierten Generator jetzt durch die Adern der Stadt pumpt, ist beispiellos. Die Menschen ziehen ihre Schichten aus und testen ungläubig die Luft mit nackter Haut. Der Traum, sich wieder warm zu fühlen, ist wahr. Es sei denn, der Frost stellt uns erneut auf die Probe. Wir müssen überleben. Ähm. Okay, überlebe. Was ist, wenn ich das jetzt wieder ausschalte? Ach, krass. Ja gut, das boostet natürlich auch das Material. Aber ich vermute mal... Also, man kann es auf jeden Fall aus- und einschalten, wie man will. Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm. Können wir noch... Mal gucken. Ist das hier ein Wärmezentrum? Nee. Aber wir könnten hier ein Wärmezentrum... Hier dazwischen würde es auch Sinn ergeben. Okay. Beware of Frostbite. Keep your face and ears covered. Oh, da oben müssen wir auch was reparieren. Ah ja, der scheint am Dreadnought vorbeizuziehen. Das bringt uns insofern... Warum laufen die denn jetzt da lang? Jetzt laufen sie ja doch durch den Schneesturm. Das verstehe ich nicht. Ich habe extra den Weg da oben. Oh, hier. Walmine. Walmine. Mögliche Siedlung. Mehrere Walherden sind hier erfroren, nachdem die letzten Walfangschiffe sie in den vereisten Hafen getrieben hatten. Die Speer sind beeindruckt vom Anblick der massigen vereisten Körper. Endlich der weise Wal. Scherzt ein Mitglied des Trupps. Aber niemand lacht. Vor einigen Jahren hatte der Käpt'n ein Team geschickt, um das Walfleisch abzutragen. Wir könnten die Maschinen nach Neu-London bringen, um unsere Abbauteams zu unterstützen. Oder ein neues Team herschicken, um die Arbeit zu beenden. So, die Maschinen mitnehmen. Plus 10 Produktionseffizienz. Es ist Zeit zu beenden, was der Käpt'n begonnen hat, um eine mögliche Nahrungsmittelaußenposten zu bauen. Okay. Und was haben wir hier? Wärmere Jahreszeit, Wärmebedarf sinkt. Gut, dass das kurz vor dem Schneesturm passiert. Das ist echt witzig. Verunfallter Transportwagen. Ein altes Kohlefahrzeug, das halb unter dem Schnee begraben liegt. Die Navigationsgeräte wurden offenbar manipuliert und die Karte waren fehlerhaft. Auf der Seite prangt ein Graffiti. Neu-Londoner Parasiten. Egal, was hier passiert ist, die Kohle gehört uns. Das Problem ist, dass wir gar nicht so viel Kohlevorrat gerade haben. Oh, hier gibt's Material. Dafür brauche ich 25 Frostland-Teams. Das ist scheiße. Ja, jetzt wird's spannend. Maschinenpflege sollen wir noch verabschieden. Hier, oder? Oh, das sind 42 dagegen. What the fuck? Okay, was haben wir denn hier? Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit ab. Arbeitsplätze werden für Maschinen optimiert. Für die menschlichen Arbeitskräfte bleibt nur der Wartungsdienst. Arbeitskräftebedarf sinkt deutlich. Das sind 42 dagegen. Anstehendes radikales Gesetz. Das aktuelle Gesetz auf der Tagesordnung ist für die einfachen Bürger undenkbar. Es wird schwieriger zu verabschieden sein, als alle anderen. Sobald es erlassen wurde, wird es sowohl die Fraktionen dafür, als auch die dagegen radikalisieren. Ähm, wir klicken mal auf Verhandeln. Also, die Neulondoner sind dafür. Das sind 30 Leute. Die Ordnungswahrer sind dafür. Das sind 17. Das heißt, es sind 47. Wenn auch alle von den Neulondoner dafür stimmen. Die Frostländer sind überwiegend dagegen. Und die Pilger sind auch dagegen. Ähm. Oh, hier. Fortschrittliches Naturholz-Sägewerk. Oder Holzkohle- und Aufbereitungswerk. Anlage, die mit Hilfe von Holzverbrennung und natürlichen Bakterien aus Holz und bereits verwendete Holzkohle eine Kohleersatz herstellt. Ich finde ja das, äh, fortschrittliches Naturholz-Sägewerk ganz interessant. Ja, Luna bin ich, weil ich das Gesetz nicht haben will. Weil das Gesetz eh nicht durchgeht. Das Gesetz geht eh nicht durch. Da sind 42 dagegen. Also, das ist... Und ich muss ja auch gucken, dass, äh, die Pilger im Moment so ein bisschen milde gestimmt werden. Und ich will jetzt gerade die Neulondoner, oder... Ne, die Frostländer, Entschuldigung, die Frostländer, will ich dazu überreden, dass sie, äh... Dass sie eh überwiegend dagegen sind. Dass sie auch komplett dagegen stimmen. Und dass wir hier in Entgegenzug die Erforschung des fortschrittlichen Naturholz-Sägewerks irgendwie zugestehen. Guck mal. Zack. Und dann lassen wir das mal abstimmen. Wir sind trotzdem noch... Trotzdem noch 40 dafür gewesen. Krass. Ja, die Ordnungsware wollen das. Aber, dann kriegen sie es halt nicht. Ist egal. Dann sind sie halt nicht auf unserer Seite. So, fortschrittliches Naturholz-Sägewerk. Wo ist denn das? Ressourcen. Was haben wir schon? Äh, ach hier. Was haben wir da als nächstes, als anderes? Fortschrittliches, mechanisiertes Sägewerk. Das macht 350. Das macht 400. Brauche aber auch... Oh, elend steigen kann ich gerade nicht gebrauchen. Dann machen wir das hier. Ich brauche auf jeden Fall Material. Sonst haben wir bald echt ein Problem. Was ist denn das hier mit dem Kabel? Warum hängen die denn heute so... Komisch. Nerv mich nicht. Kabel unterm Tisch. Äh, okay. Jut, aber... Der Sturm geht jetzt gleich los. Aber die Folge ist eh so gut wie vorbei. Dann können wir auch dann den Sturm in der nächsten Folge komplett spielen. So, und laufen die jetzt... Die laufen trotzdem da lang. Äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und das Problem, die Kohle von hier aus werden wir nicht kriegen. Wie viel ist denn da überhaupt noch? Ach, das ist eine unendliche Produktion. Okay. Da kann ich eine Expedition hinschicken, oder was? Aber hier nicht, weil ich da 25 Leute brauche. Oh, das ist doch mies. Das ist gemein. Und hier brauche ich wieder bloß 20, ey. Gefrorene Ozean. Naja, gut, okay. Dann geht halt dorthin. Gut, dann haben wir wenigstens das noch gemacht. Äh, ja, da ist der Sturm. Hallo. Gut. Dann, äh... Schneesturm beendet Kundgebungen der Ordnungswache. Alter. Ja. Wir sind mittendrinne, statt nur dabei. Wir machen 300 Essen minus. Dann ballern wir mal hier alles drauf. Was wir haben. Alter. Na, mal gucken, ob unsere Essensreserven reichen. Aber Boys and Girls, der Cliffhanger muss jetzt sein. Wir sind eh bei einer halben Stunde. Wir machen das dann beim nächsten Mal. Sehen wir zu, dass wir hier, ähm... Wird spaßig. Wird... Wird gut. Mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Video Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Gemonfen, Kulde, Kirtano, Karbein, Rico, Rohrblitz und JanVG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Ha, Foxy. Perfektes Timing. Bis dann.